Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Dualseelen, Schattenwege ins Licht. Ich hatte eben schon mal ein Video aufgenommen und zwar ein sehr langes und es dauert stundenlang, bis es hochgeladen ist. Also übers Wochenende wird es hochgeladen sein. Darunter verbirgt sich auch ein Gewinnspiel. Das könnt ihr dann im nächsten Video anschauen, aber jetzt möchte ich eine kurze Botschaft noch durchgeben und zwar eine Nachricht von deinem Gegenüber. Wir schauen mal rein, ob du mit deinem Gegenüber, was für eine Situation du zuletzt mit deinem Gegenüber hattest, damit du für dich feststellen kannst, ob es dich denn überhaupt betrifft und welche Karten ich dazu benutze, seht ihr alles in der Infobox. Also die Situation zwischen dir und deinem Gegenüber, die letzte, wow, was ist denn hier los? Also definitiv, alle Karten, wow, das ist ja der Hammer. Also alle Karten in aufrechter Lage betreffen dein Gegenüber persönlich. Oh, wir gehen mal runter. Tadaa, so jetzt seht ihr auch mehr. Alle Karten in aufrechter Lage sind die Gedanken oder die Gefühle oder die Situation deines Gegenübers und alles, was in Kopflage rauskommt, bist du. Also hier haben wir den Ring. Der Ring heißt, dein Gegenüber in Bezug auf dich fühlt sich unglaublich verbunden mit dir und du bist ganz sicher, weil die zwei Karten in Kopflage rausgefallen sind. Du bist ganz sicher, dass ihr eine spirituelle Verbindung miteinander habt. Ihr habt eine Anziehungskraft zueinander und es ist sehr harmonisch gewesen. Also das Letzte, was passiert ist, ist, du bist dir sicher, dass eure Verbindung spirituell ist und dass eine sexuelle Anziehungskraft vorhanden ist, die aber sehr harmonisch ist. Also es ist nicht einfach nur eine Anziehungskraft, die animalisch ist, sondern das ist etwas sehr Tiefes, Zärtliches, Harmonisches und nicht von dieser Welt, kriege ich hier rein. Ja, so empfindest du das. Also eure letzte Situation war sehr harmonisch, war sehr schön, aufschlussreich. Hat dich auch geöffnet für diese Ebene und er fühlt sich zu dir sehr verbunden, also sehr verbunden. Ja, und wir haben hier immer noch den Hund am unteren Deck. Der hat sich vorhin schon gezeigt und hier ist eine treue und loyale Verbindung, auch teilweise freundschaftlich. Aber es ist nicht nur freundschaftlich, also es ist mehr, mehr als Freundschaft. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein über die Nachricht von deinem Gegenüber. Was möchte dir dein Gegenüber jetzt aktuell ausrichten? Wie sieht es in deinem Gegenüber aus? Was hat er gerade auf dem Herzen? Worüber denkt er nach? Was für eine Nachricht möchte dir dein Gegenüber ausrichten? Was hat er denn so im Kopf? Wow, was ist denn hier los? Also das ist ja echt, oh, okay, er wird gerade an was gehindert. Er ist hier direkt, jetzt gehen wir mal hier rüber, so. Er ist schon direkt im Sturzflug auf dich zukommt, rennt hier aber erstmal gegen eine Blockade. Er hat ein Hindernis vor sich. Das ist wie so ein Schaft, das fährt es über so ein Riesenhindernis. Ja, hier ist eine Blockade, er wird ausgebremst. Ich kriege hier so einen Halt, Stopp, Halt, nicht so schnell. Ja, vielleicht ist er auch in seiner Vorfreude so euphorisch, dass er hier irgendwas über den Haufen rennt. Wir gehen mal gleich weiter darauf ein. Also was hat er im Kopf? Er hat definitiv vor, auf dich zuzugehen, aber irgendwas bremst ihn hier aus und du bist auch sehr positiv. Also du bist so ein Sonnenschein, ja, so optimistisch, freust dich, hast so die Wärme, den Optimismus und gibst ihm das tatsächlich rüber und es setzt ihn in Bewegung. Aber irgendwas bremst ihn hier aus, aber er will definitiv zu dir. Also du bist hier das Blatt am unteren Deck und darauf basiert alles. Er möchte zu dir, definitiv, aber irgendwas ist hier hinderlich. Wir gucken uns mal den Hinderungsgrund an. Was steht ihm denn hier so im Weg? Wenn ihr wissen möchtet, welche Karten ich benutze, schaut immer in der Infobox, ja. Was steht ihm hier im Weg? Na? Was blockiert ihn, zu dir zu kommen? Eine Prüfung. Ich kriege hier voll die Gänsehaut gerade. Hier muss noch eine Prüfung gemeistert werden. Das ist so gefühlt, boah, ich kriege jetzt voll die Gänsehaut. Das ist so gefühlt wie, ja, yippie, yay, und ich komme zu dir und bop, bop, bop. Und dann sagt die geistige Welt, Moment mal, stopp, stopp, ja. Bevor du sie hier überrennst, stopp. Sie ist hier sehr positiv, sie ist die Wärme. Womit kommst du? Das ist wie so ein Türsteher. Jetzt würde die geistige Welt sagen, stopp, du kommst hier nicht rein. Erstmal hast du hier eine Prüfung zu meistern. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn das hier für eine Prüfung, die da auf ihn zukommt? Der hat da erstmal eine Prüfung, ein Hindernis, bevor er an dich ran darf. Welche Prüfung ist das? Okay, okay. Wir haben einmal in aufrechter Lage unter dir und einmal seine Prüfung in Kopflage, was auf ihn zukommt. Werde dir erstmal klar über diese Verbindung. Werde dir klar, wer sie für dich ist. Das Universum überprüft hier was. Oh, ich kriege ein Lied rein. Ed Sheeran. Stars. All the Stars. Ich weiß nicht mal, wie das Lied heißt. Aber es ist von Ed Sheeran. Und der Berg ist auch so eine Distanz. Möglicherweise soll er erstmal richtig mal reinfühlen. Warum auch immer, aber ich kriege hier rein, fühl mal in dich rein, wenn es sie nicht mehr gibt. Fühl mal in dich rein. Was hier auch noch wichtig ist, um den Gipfel zu erreichen, den Berggipfel, ist es eine mega Herausforderung. Also so einen Berg zu erreichen, da muss man den Berg schon, ich sag mal, bezwingen oder erobern. Da hochzukommen bis zur Bergspitze, wo das Kreuz draufsteht, ist eine gemeisterte Prüfung. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und du bist nicht umsonst. Ja, also es geht hier darum, dass er sich wirklich Mühe geben soll. Die geistige Welt sagt, so einfach geht es nicht. Gib dir Mühe. Sie ist etwas ganz Besonderes. Wir gucken uns jetzt mal hier die Karte an, weil ich weiß ja noch nicht, was dahinter steht. Der Mond. Es geht hier echt ums Vermissen. Er soll ins Gefühl gehen und nicht so im Vorbeirennen dich einkassieren, sondern er soll sich wirklich Mühe geben um dich. Das Universum, ich kriege das wirklich so rein, dass die sagen, stopp, gib dir Mühe. Sie ist nichts, was du einfach mal so mitnimmst im Vorbeigehen, sondern sie ist es wert, weil hier ist die Sonne und die Sterne und der Mond. Das ist hier wie so eine Dualseelenverbindung. Ihr seid unglaublich unterschiedlich. Du bist eine sehr klare Tagenergie, die alles erleuchtet und erhellt und mit ganz viel Wärme und Licht und Geborgenheit nach außen geht. Und er hat diese Mondenergie, die so im Unterbewusstsein noch schlummert, die Abendstunde und die Nacht. Und es geht darum, dass er ins Gefühl reinkommen soll und deswegen aufgehalten wird. Also er soll mal richtig spüren, wie sich das anfühlt, wie besonders ihr zwei seid. Ja, das ist etwas Tragendes, etwas sehr Großes, weil Sonne und Mond, das sind die zwei Gegensätze auf einer Medaille. Es sind zwei Seiten einer Medaille und die Sonne und der Mond bedingen sich gegenseitig. Das heißt, es ist wichtig und das Universum schaltet sich hier ein, stoppt die ganze Situation, weil er einfach zu hastig, ja, ich will sie, ich will sie, aber vielleicht etwas dabei übersieht und zwar, wie tragend es ist, wie groß das ist. Ich kriege hier einen Film rein und der Film heißt Pi, einfach nur Pi. Und es geht um das ganze Universum in dieser ganzen Geschichte. Es ist sehr tragend und um dich zu erobern, muss er sich Mühe geben. Das kriege ich hier rein. Ja, hier ist auch der Neuanfang am unteren Deck. Das heißt, auch ebenfalls eine Transformation. Man sieht hier, das Kind ist total leicht in der Energie, freudestrahlend. Und ja, diese kindliche Naivität, die Transformation und man freut sich einfach. Das Kind geht auch barfuß, es ist gut geerdet. Es ist auch wichtig, dass man Boden ständig bleibt, nicht abhebt, auch wenn gerade alles sehr spielerisch ist und leicht ist. Aber dennoch ist dieser Neuanfang, man soll ihn Step by Step gehen, nicht überstürzen. Mit Bedacht und auch mit der Klarheit, was willst du wirklich, was willst du. Sie ist keine Zwischenmahlzeit, sie ist keine Option, sie ist etwas Tragendes, etwas Wichtiges. Und das ist so ein bisschen wie, ihr kennt es ja, wenn man heiratet und der Vater begleitet einen zum Altar und der Bräutigam holt quasi die Braut vom Vater ab. Und hier kriege ich so eine Energie rein, als würde der Vater dabei stehen, so der Vater des Universums und sagt, Moment mal, das ist meine Tochter, jetzt kriege ich schon wieder ein Lied rein. Oh Gott, ich muss es euch unten reinposten. If you want her oder irgendwie sowas, das ist tatsächlich dieses Lied. Also wenn du sie wirklich willst, dann geh gut mit ihr um und interessiere dich für das, wer sie ist, was sie ausmacht. Oh Gott, ist das süß. Mensch, ich weiß nicht, wie dieses Lied heißt. Mir ist es aber wichtig, dass ihr das hört. Moment, 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 ich finde das. Ich muss das jetzt raussuchen. Eine Sekunde, das geht nicht so schnell, wie ich dachte. Ich weiß, irgendwo ist dieses Lied. Moment, 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 wenn man was sucht, gell? Ja, wenn man was sucht. Ah, ich habe es gefunden. If you love her von Forrest Black. Ich werde es euch definitiv unten reinposten. Hier, das soll ich euch zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig sieht. Also das untere Lied und oben drüber, das gehört anscheinend noch mit rein. What a lucky man. Bitte. Beide Lieder soll ich euch hier zeigen. Und das hat echt was damit zu tun, dass ihm bewusst werden soll, wer du bist. Ja, ich werde euch die Lieder definitiv reinposten. So, deshalb wird er aufgehalten, obwohl er schnell, schnell, schnell zu dir will, will, will. So kriege ich es rein. Okay, ein Hinweis zu dir. Was wäre für dich jetzt ratsam? Was sagt denn die geistige Welt, die lichtvolle, geistige Welt als Rat an dich? Was möchte sie dir ausrichten? Was ist für dich wichtig zu wissen in Bezug auf diese Legung? Das Ende. Also ich kriege hier rein. Etwas, was sterben musste, weil es an dir genagt hat, muss erst mal rausgehen. Das heißt, es muss erst mal verlassen werden. Auch du sollst bitte langsam machen, weil die Transformation, also als erstes kam ja, es nagt an dir. Die Karten sind beide in Kopflage rausgefallen. Das heißt, du hast Sorgen, Ängste und Nöte und du sollst sie auch nicht ignorieren. Es ist wichtig, dass du auch für dich mal ganz klar siehst, das und das ist passiert und das und das hat mich belastet. Das hat an mir genagt. Das macht mir Sorgen und Kummer. Und die Transformation bzw. das Ende, das natürliche Ende, wenn das jetzt hier dein Ex-Partner ist, um den es hier gerade geht, es musste zu Ende gehen und es gab einen Grund, weil du nämlich sehr belastet warst durch die alte Situation. Und du willst es ja nicht wiederholen. Du willst ja nicht nochmal irgendwie in Schleifen gehen. Deswegen registriere bitte, was hier zu Ende gegangen ist. Mach mal langsam und guck mal, was hat so an dir genagt. Es ist wichtig, dass du das auch mit einbeziehst und nicht ignorierst. Mach langsam, guck dir die Situation an. Schau, ob er sich auch wirklich um dich bemüht, ob er überhaupt realisiert, wer du bist. Du bist wichtig und du bist wertvoll. Und was darf hier jetzt rausgehen? Also was sagt Erzengel Raphael aktuell? Was soll hier rausgehen? Oh, mein Akku ist fast leer. Ja, so diese kurzen Momente, darum geht es. Dass man nicht immer nur so das kurze Glück lebt, sondern dass man einfach mal was Dauerhaftes und was Stabiles möchte. Nichts immer wieder nur neu anfangen und wieder von vorne und wieder eine Pause und wieder von vorne, sondern was jetzt rausgehen darf, ist das kleine Glück. Dass man immer nur so kurze Momente hat und dann ist alles wieder belastet, ist alles wieder voller Sorgen und Kummer. Deshalb mach langsam und lass es dir zeigen, ob er überhaupt es auch wert ist, dich zu erobern. Ja, ob er an deiner Seite auch der Richtige für dich ist. Nicht nur du die Richtige für ihn, sondern er auch der Richtige für dich. Das ist wichtig, dass du dir das mal wirklich durch den Kopf gehen lässt und mal in dich reinfühlst, macht dieser Mensch dich eigentlich glücklich. Ja, und zwar dauerhaft. Und nicht nur für kleine Momente, für kurze Momente, sondern ist er auch stabil an deiner Seite. Ja, okay. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Legung eine Freude machen. Alle Details seht ihr in der Infobox. Die Infobox erreicht ihr mit dem kleinen Pfeil neben dem Titel. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über euer Abo, über euer Like. Und bis ganz, ganz bald. Ciao, eure Martina. Tschüss.